Willkommen zurück, meine Lieben, bei Devs Gambit Afterlife. Wir sind in der Nähe von Chaos Yorai. Und gehen jetzt mal weiter. Du bist nicht meine Mutter. Du bist endlich unsere Mutter transformiert. Oh, okay. Sie hätte sich niemals mit solchen wie dir verbündet. Wo ist sie? Sie ist tot, wie alle Soldaten von Marder. Du bist überraschend. Blinde an der Absurdität dieser Exkursion. Du kannst nicht gewinnen. Ich war wie du, loyal. Nichts Goods kommt von Subsidienz. Okay. Interessant. Das ist ein bisschen die tragische Heldgeschichte, die Darth Vader Geschichte oder sowas. Von Anakin zu Darth Vader bei ihr ein bisschen ähnlich. Wir durchleben das, was wir am meisten bedauern. Noch einmal. Every waking moment for eternity. Endless torment for moments you can never take back. That is true. Death. The hell are the women so fondly spoke of. You and I taste to death. But in doing so, we've been unfettered from the noose of mortality. No longer will we ever be subjected to such hell. Schwer zu sagen. Ich meine, das können wir natürlich nicht machen, aber... Ähm... Verlockend. Deine Worte haben kein Gehalt, Verräter. Ich werde sie retten. Oh. Bossfight? Anscheinend. Überrascht mich jetzt ein bisschen. Also, nicht, dass wir ein Bossfight haben, aber... Ich dachte, Endless war so ein bisschen... Als Obermods... Äh... Aufgespielt worden. Oh. Vor und zurück, Dashen. Oh, okay. Okay, wo kommst du denn hier jetzt plötzlich her? Hat ein bisschen Schaden gemacht. What? Kann sie sich... Hat sie so ein Teleport-Strike? Oder was war das? Ich hoffe, wir müssen uns das Gelabere nicht noch mal anhören. Das wäre etwas ätzend. Aber... Mal schauen. Die hält nicht so viel aus. Okay. Gut, gut, gut. Warum standen eigentlich... Warum haben wir zwei Tode? Wir sind das erste Mal gestorben. Vielleicht ist es auch nur so ein Showfight und... Äh... Sie stirbt gar nicht. Au. Au. Autsch. Den kann ich nur nicht so richtig... I-Frame dodgen. So weit, so gut. Au. 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 Wo bist du? Da drüben. Okay. Ich sehe dich nicht hinter meinem Pferd. Au. Okay, wir haben noch eine Heilung. Du hast lange genug mit ihm gespielt. Was war das? Der Tod? Also, ich habe mir schon fast gedacht, dass der Kampf abgebrochen wird, bevor jemand stirbt. Ich glaube, Endless ist eine zu wichtige Person. Was hast du ihm getan? Wir haben kein Achievement bekommen. Und weg ist sie. Tja, fantastisch. Was passiert mit uns? Äh, warum sind wir plötzlich im Wasser? Das ergibt nicht so viel Sinn. Ich kann mich nicht bewegen. Ach, Gamepad getrennt. Na, fantastisch. Ich kann mich trotzdem nicht bewegen. Komm mal auf den Boden. Ich lasse die Katze ihn mal laufen. Vielleicht könnte ich sie überspringen, aber... Es scheint fertig zu sein. White Rabbit? Wat? War das so ein Fake Ending oder was? Oh, nö. Was ist los? Hätte ich da irgendwas tun müssen? Ich kriege dir aus Lügen und Blut geschrieben, ein tragisches Massengraub vom Tod inszeniert. Ich kann das nicht überspringen. Aldrin war einst die Wiege der Unsterblichkeit. Bis sie Angst vor dem Tod ihnen... Sie schufen eine Zivilisation, die auf Unsterblichkeit basierte. Okay, jetzt spinnt das Spiel ein bisschen. Death's Gambit. Ich verstehe es nicht. Was... Was ist hier los? Was ist hier los? Okay, da sind wir wieder. Il Nott. The Corpse City. Ist das auf unserer Map? Wenn, dann sehe ich nichts. Ha. Okay. Wir können... Oh, da ist ein Item. Interessant. Oh, da ist ein Gegner. Wir kämpfen jetzt unter Wasser, fantastisch. So. Tschüss. Äh, wir kommen wir da wieder hoch. Äh. Wir kommen wieder wieder hoch. Vielleicht sollte ich... Die Aura des Bulwarks ausrüsten. Oh, okay. Oh, okay. Das geht da nicht. Äh. Ich verstehe nicht ganz. Was zur Hölle? Ist ein bisschen, ist ein bisschen strange. Ich glaube, ich bin da irgendwie einmal im Kreis, äh, geschwommen. Was ist, wenn ich hier sterbe? Okay, das hat gut Schaden gemacht. Das Oktopus-Ding ist schon mal weg. Was haben wir hier? Vardos-Ax plus vier. Ich glaube, wir haben schon noch eine plus fünfer. Okay, da fängt es wieder an, sich zu verzerren. Ich will noch mal zum Anfang hin. Au. Okay, der ist schon mal weg. Der Triple Jump ist nützlich. Wo zur Hölle ist der Anfang? Reden? Thalamus. Äh, bitte was? Geht's hier weiter? Okay, hier ist ein Safe-Spot. Ich will aber, ehrlich gesagt, noch nicht da safen. Denn ich möchte zuerst... Gucken, ob wir an das Item rankommen. Ich hoffe, dass wenn wir sterben würden, dass wir dann da wieder respawnen. Aber wie zur Hölle kommen wir da zurück? Ah, hier ist noch was? Schildkrötenpanzer. Das ist nicht ein Schild, ne? Jupp. Ermögliche das beidseitige Blocken. Okay. Uninteressant. Ah, das geht da nicht. Ich komme da nicht hoch. Müssen wir... Kommen wir nicht mehr zurück? Es sieht irgendwie fast so aus. Ah, das sind wieder Leute, die sterben wollen. Blanche-Attack geht nicht richtig. Thalamus. Ich meine, wir müssten hier wohl nach rechts. Äh, war da was? Thalamus, okay. Tja. Wo zur Hölle sind wir? Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, wieder dann dahin zu kommen. Aber es ist nicht... Das Gebiet ist nicht auf unserer Karte. Oder? Oder sind wir hier? Wahrscheinlich kommen wir raus, wenn wir... Hier, das ist ein Gegner, der macht... Bespürt da irgendwas? Nicht sonderlich bedrohlich. Ein bisschen nervig. Au. Haben wir euch? Uh, da ist ein Auge. Hier haben wir eine Leiter. Interessant. Ein Unterwassergebiet. Eine Dunkelkristallfeder. Bisschen weniger Heilung. Stellt 500 Gesundheitspunkte wieder her. Wird die Feder bei maximaler Gesundheit eingesetzt? Senkt sie den Schaden? Bei gegnerischen Treffern? Acht Sekunden lang. Das könnte nützlich sein. Nein, allerdings nicht jetzt. Oh, da oben ist wieder so einer. Wo kommen wir auch hin? Okay, gut. Autsch. Ich bin an der Leiter hängen geblieben. Fantastisch. Der hat der Tod mal wieder... abkassiert. Töte den mal. Autsch. Not so greedy. Autsch. Was war das? Kannst du mal bitte in die richtige Richtung schauen? Autsch. So, das war's für dich. Einmal heilen. Und dann gebe ich hier noch mal hoch. Nimm das. Hey. Ah, das sind zwei Gegner. Oh, und wir sind... vergiftet gewesen. Augenscheinlich. Auf ein neues. Die sind ziemlich ungefährlich. Wenn man sie alleine antrifft. Nehmen wir das. Damit. Hör auf, hier mit dem dummen Rumpen zu stampfen. Die rosa Bubbels verfolgen uns immer so ein bisschen. Das ist fies. Okay. Weg hier. Okay. Erster Platz. Wo war der zweite? Oh. Hätt. Der zweite hat einen Gegner beschworen. Die Feder hat einen Gegner beschworen. Warum das? Okay. Ich verstehe nicht ganz, was hier... Was hier ist. Okay. Diesmal nicht. Auge des Abgrunds. So. Und hier... War der hier. Ja, Junge. Das kann ich auch. Oh. Okay. Und da geht dann was auf. Verstehe. Gut. Demnach mussten wir das machen. Das mit dem Planche-Attack funktioniert hier gar nicht. Reden. Thalamus. Ist das ein Secret hier? Scheint nicht der Fall zu sein. Was soll jetzt Thalamus? Oh, jetzt wird's dunkel. So richtig. Boss Fight? Ill not. Rechts geht's nicht weiter. Links geht's auch nicht weiter. Was dann? Ausruhen. Und... Hä? Ah. Man kann die Dinger zerstören. Zumindest das auf der linken Seite. Weitere Gegner. Lass das. Einer weniger. Da hängt irgendwas in der Luft. Okay. Das hat gut Schaden gemacht. Hier ist ein Item. Rostiger Ritterhelm. Wahrscheinlich eher Stärke. Ich lass mal den an, den wir haben. Der ist ein bisschen ausgeglichener. Oder ist der Sensen-Typi? Au. Au. Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Da ist nichts mehr. Ich heil mich mal einmal. Äh, warum kann man einen Blitz, wenn ich mich geheilt habe? Oh. Warte mal. Wir kommen da nicht hoch. Aber das hier können wir mitnehmen. Drei Seelensteine. Fantastisch. Autsch. Autsch. Ach, lass das doch. Immer dieses Interrupten. Lass mich heilen. Okay. Gut. Der ist auch platt. Ähm. Och, ne. Geister. Heißt, man muss hier schnell durch. Das sind Leitern. Hier ist noch ein Item. Verstärkte Helm. Plus neun. Den können wir uns aber nicht anschauen. Äh, jetzt sollte das gehen. Plus neun ist viel. Mit zehn. Nee. Nicht so prach. Läh. Wieder eines von euch. Mantel der Dunkelheit. Dunkelheitresistenz oder sowas? Nee. Mit vier zehn Tag. Okay, das ist besser als das, was wir haben. Ein schwarzer Oberhang mit der folgenden Innenschrift. Dunkelheit. Keine Eltern. Ewige Dunkelheit. Der Gegenpol des Lichts. Ein schwarzes Loch. Das scheint ein Dichter verfasst zu haben. Okay. Das ist nicht das prallste Gedicht. Aber. Jeder hat mal klein angefangen, nicht wahr? Okay, den einen haben wir. Machst du jetzt da. Der ist auch plat. Da oben ist... Sind wieder die Party People am Start. Okay. Kann ich die jetzt angreifen? Nein, kann ich nicht. Weg. Okay. Schnell die Gegner töten. Ja, der Typ da unten. Autsch. Ich wollte gerade sagen, nervt ein bisschen. Oh. Ich habe geheilt und das hat ihm Schaden gemacht. Warum das? Mimik? Nein. Was für Feinde denn? Wer ist denn in der Nähe? Nicht etwa dieser dumme Geist, oder? Nicht etwa dieser dumme Geist. Ich kann den nicht töten. Ah, doch. Jetzt kann ich es. Hä? Warum geht denn das jetzt plötzlich? Sehr merkwürdig. Aber hey. Schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Muss ja irgendwo ein Boss kommen, oder? Uh, reingezoomt. Unsere Mutter. Ich glaube, das ist nicht wirklich sie. Vielleicht müssen wir gegen sie kämpfen. Oh. Und sie hat sich gerade das Leben genommen. Ich glaube, das ist so eine Art Albtraum, wo wir hier sind. Sehen wir irgendwas auf der Map? Nope. Ja. Oh. Wir werden hier zerquetscht. Und... Weitere Cards ziehen. Was ist jetzt los? Ich kann mich nicht bewegen. Das könnte aber auch sein, weil... Wer steht zur Wahl? Ione oder Freil? Freil kennen wir nicht wirklich. Ich denke, wenn... Ohne wirklich... Ich weiß gar nicht, was das... Was der Typ macht. Der war aber unser Mentor. Ione wollte uns töten, aber... Ich nehme Ione, denke ich mal. You'll go to heaven when you die. Nein? Aber ich musste mich zwischen zwei entscheiden. Ich hatte keine dritte Option. Do you enjoy my little games? Kommt drauf an, was am Ende dabei rauskommt. Und wie wäre es mit dem Feind? It's for your benefit, you know. Letting you believe you have some sort of agency in this world. Zeig dich. It isn't a sweeter lie better than the bitter truth. Nein? Ist es nicht. Das... Ich glaube, der will uns zum Zweifeln bringen. Alles, was du töten hast, bleibt immer noch. Okay. Alle Gegner, wo wir die, die wir töten haben, existieren hier noch. Das ist so eine Parallelwelt. Oh, ich bin gespannt. Dir wirkt dein Schicksal schlimmer als der Tod. Du wirst zu meinem willenlosen Spielzeug. Okay. Zeig dich. Dann werden wir sehen, wer jetzt zum Spielzeug wird. Okay. Ich kann mich... Wir haben wieder... Na, ich kann mich wieder bewegen. Thalamus. Oh. Au. Okay. Was können wir angreifen? Die sind relativ easy. Okay, das ist ein sehr interessanter Fight. Au. Ich glaube, das soll uns verwirren, dass wir nicht wissen, welcher unser Charakter ist. Aber durch die Flügel ist das ein bisschen... Vielleicht gecheased sogar. Ich weiß einfach nicht, was ich hier tun muss. Also Thalamus scheint ein Boss zu sein. Hoffnung schöpfen. Okay. Was soll jetzt das hier? Leid, Feigheit, Bescheidenheit, Beklemmung, Egoismus, Trauer. Okay, das war falsch. Ähm. Und nun? Hoffnung schöpfen. Was zur Hölle ist das für ein Fight? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich hier tun muss. Teilen wir uns mal. Er hat nicht mal einen HP-Bar. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Hä? Ah, wir müssen den, der Coward, nehmen. Zweiflung. Reue. Opferbereitschaft. Ich verstehe es nicht. Haben wir was getan, das gut war? Na ja. Es scheint zumindest irgendwie sowas wie eine zweite Phase zu sein. Ja. Okay. Autsch. Was müssen wir angreifen? Das Auge? Ich kapiere überhaupt nicht, was hier, was ich hier tun muss. Und da sind wir wieder zurück. Oh. Hoffnung schöpfen. Kommt er wieder? Ja, aber sonst könnten wir sich hier auf heroisch bekämpfen. Okay, da ist unsere Mutter. Was zur Hölle ist das? Das ist alles sehr verwirrend. Oh, wir können uns hier... Mutter hat mir nie erzählt, warum ich in einem Stockbett schlafen musste. Mir hat die Vorstellung eines kleineren Bruders immer gefallen. Okay, jetzt können wir unsere Erinnerungen so ein bisschen anschauen. Das war der Schreibtisch meines Vaters, immer vollgestellt mit seinen Andenken. Der letzte Brief, den ich erhalten... Der eine erhalten hatte, war ein Marschbefehl für die Expedition. Okay. Ich erinnere mich gar nicht daran, dieses Bild gemalt zu haben. Es ist ein Bild von uns allen. Ein Andenken an glücklichere Zeiten. Irgendwas ist das... Was ist das Gelbe? Hatten sie da irgendwas in der Hand oder streiten um irgendwas? Mutter hat mir dem mit dem Backen angefangen, als Vater weg war. Ein schlauer Trick, um mich morgens aus dem Bett zu locken. Okay, das war es. Einfach nur so ein paar Erinnerungen. Wir erfahren ein bisschen Lore über unseren Charakter. Okay. Wurde gerade lesen, aber... Der Boss hat anderes im Sinne. Das hat mir Schaden gemacht. Hoffnung schöpfen. Kann ich das nochmal? Kommst du nochmal hoch? Autsch. Autsch. Was soll ist das für ein Bossfight? Achievement unlocked. A new hope. Okay, das war es wohl. Traumwechsel. Du kannst dich jederzeit zum Todesgötzen teleportieren, wenn du dich an einem Todesgötzen ausruhst. Ausruf. Oh, Fast Travel. Yay. Hooray. Oh. Freil Ione. Erstmal die Feder zurückholen. Iones Speer. Frälz Spalter. Äh, wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal speichern. Und dann, äh... Würde ich sagen, es ist sehr viel passiert in dieser Episode. Ich muss das erstmal ein bisschen verdauen. Und ich würde auch ganz gerne mal sehen, ähm... Ist dieses Gebiet irgendwie auf unserer Map? Können wir uns da hin wieder teleportieren? Traumwechsel. Geierswiege. Du, 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 du. Garde Turm. Vier. Orangefarbener Wald. Wat? Labyrinth. Exitusspitzen. Zwei. Skyturm. Ja. Fruppis. Wo sind die... Heiseriese. Wat? Hä? Ich geh mal da hin, in den orangefarbenen Wald. Ich hab keine Ahnung, wo das sein soll. Wat? Ist das neu? Okay. Wat? Das ist nicht auf der Map, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, das ist was Neues. Äh... Du, 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 du. Was ist... Wie sieht's mit... Eisriese aus? Das ist ein Boss? Das kommt mir auch nicht bekannt vor. Ist auch nicht auf der Map. Haben wir noch was? Oh, da können wir unser Pferd rufen. Ha. So viel noch ist zu entdecken. Wow. Ich glaube, die hier sind alle... Hasenbau. Die hier sind alle... vom Hauptspiel. Und die zwei sind irgendwie was Neues. Vielleicht vom DLC hinzugefügt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break. Ich bin nämlich ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn euch das Let's Play gefällt, gebt mir doch einen Daumen nach oben und... Oder hinterlasst einen Kommentar. Und vielleicht wollt ihr auch subscriben für mehr Devs, Gambit und andere Let's Plays. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Oder Northgate. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020